So Freunde, willkommen zu einem weiteren Meme-Mittwoch, meine Damen und Herren, willkommen zu Part 10. Ich hab nicht viel zu erzählen, es wird ein geiles Video. Sinan hat mal wieder gekocht, nicht so wie die Dortmund-A. Letzten Samstag hat mich sehr traumatisiert, aber ist wie es ist. Leute, lasst nur noch oben da, Abo auf den Kanal und vielen Dank für den ganzen Support. Wir gehen rein in die absolute Meme-Action-Anime, Memes, Mittwoch, 18 Uhr, bleibt uns heilig. POV, Live After Exams, das Leben nach den Klausuren. Jiu-Garu, ich kann endlich 10-Rodling-Kompletten spielen. Endlich ist es soweit. Freiheit erreicht. Dinger, wait a minute. Ach, Bruder, Sinan gehen offiziell die Ideen aus. Einfach mal den guten alten Loop beim Manchester City-Spiel auf dem Messi-Trikot reinballern. Sinan. Wenn du mit deinen Konsolen-Frienden Spaß hast, aber da kommt der PC-Spieler. Was ist das für ein Anime? Boah, boah. Dinger. PC-Spieler, Different Breed. Ultra Instinct Achieved. Wie ich das letzte Pizza-Stück in mich reinhaue, damit es meine Geschwister nicht bekommen. Und das ganze Stück einfach mal reinballern, Alter. Shikamaru schabt dann wieder draufgehauen. Oh, du Shimeru, Alter. Wer kennt es nicht? Oh, nein. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom ersten bis zum sechzehnten Stock. Oh, 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 oh. Waking up to spend yet another day without using sin, cause and ton. Ein weiterer Tag ohne Mathematik? I don't get it. Life is good, I guess. I guess, spreche ein Wort in Englisch falsch, die ganze, ha, spreche ein Wort in Englisch falsch aus, die ganze Klasse. Ich weiß so, das war wirklich so, real rap, man. I would use Lost Ability Part 12, also wie ich Trafalgar Lost Fähigkeit benutzen würde. Ach so, Bro, oh, no. Raps ist da. Ich gehe jetzt duschen. Wie ein Kugan. Äh, war der Neji übrigens Französisch, oder warum hat er das so komisch ausgesprochen? Wie ich mit 12 bemerkt habe, was meine Hand... Bro, war das so mal Devilman? Ah, stimmt. We're eating, Mom. Oi, 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 oi. Die Musik, Bro, die Musik hat's gemacht. Okay, why did this man knock first? Warum hat der Typ als erstes geklopft? Was ist das für'n Anime? Oi, 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 oi. Gentlemen. Kennex fragen, muss ich die Chai jetzt, als sollte ich diese Technik raushauen. Da hix? Einmal immer die, auch die Chai jetzt aufspüren für die brass, dude, aber der geht's nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ah, Frankie der Fortnite boy. Oh. Oh, die Treppen. Ja, doch, doch. 7-year-old me creating the most intense emotional plot now to mankind from my Lego. Alter, siebenjähriges Ich macht die krasseste, emotionalste und tiefgründigste Geschichte für meinen Lego-Krieg. Alter, ich hab das. Ich hab mit Bionikus damals gespielt. Und ich hab Stories gecraftet. Ihr wisst gar nicht, Junge. And I made this halt so much fun in One Piece. Alter, die Folge war auch geistes... Oh, no! Oh, I love you. I don't care how many times I watched this scene it will always make me laugh. Hä? Vegeta, wie immer? Ist doch nichts Besonderes dran. Ach so, ja, ja. Wiggle, wiggle. POV, you are doing something and suddenly you realize that this had already happened in your dream. Boah, Déjà-vu auf andere Level. Ich fühle das so hart. Ich hab schon mal so abgefuckt in einem Traum. Ich weiß es. Wenn du entschlossen hast, endlich aus deinem Zimmer zu kommen. Haha, die ganzen Verwandten, Bro. Onkel, Tante, Oma, Opa. Alle versammelt. Und du bist so so... Ja. Was geht? Okay, POV. You are showering and the water is cold and you turn the thing 0,01 cm to heat up the water. Sofort am Brennen, Alter. Ich dusche auch mal so, als wäre ich hier zwei. Ich sag's euch, ne? Okay, heute nur POVs, Alter. Es ist der 8. Oktober 2017 und du siehst dir, oh, Ultron singt Goku gegen Jiren an. Ba, 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 kadami. San, 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 Koku, na, rau. Du, 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 du. Auslehnen bei einer Schlägerei. Wir rufen auch da, da. Rufen wir, Ibrahim, Enes, Hassan, Harun, Selim, Abdullah, Erkan, Furkan, Hüseyin, Bilal, Burak, Merd, Hakan, Ali, Mohammed, Sabri, Kemal, Emre, Mehmet. Oh, scheiße, Alter, es ist, es ist, es ist, ach, ich weiß auch nicht. Oh, no. Bro! Ha! Spider-Man Krillin, oh! Ha! Krillin, Alter! Er macht die ganze Zeit nur chillig, aber wenn's auf seine Waifu geht, dreht er durch. Dann wird der Sworn Punch Man. Ah, es ist ein Typ, es... Wer ist gekommen? Ha! Nandaka, Doki-Doki-Scha! Oi, oi, oi. Ich bin ehrlich, seine Stimme sofort verliebt. Sofort verliebt. Wer von euch, wer von euch dachte, wer von euch Gottlosen hat gedacht am Anfang. Okay, wenn mein Sohn sagt, dass er Skype übersprungen hat. Runtem er mit ihm! Runtem er mit ihm! Hat nicht verdient, Bro. Hat nicht verdient. Wir haben eine Pansy-Vendungsmaschine gefunden. Oh nein. Bro, bitte nicht. Sinan hat sich heute echt gut beobachtet. Also, aus abgesehen von der Devilman Crybaby-Szene und abgesehen von der Goku-Szene und abgesehen von der anderen Szene, die ich wahrscheinlich schon wieder vergessen habe. Hoffentlich hat sie eine nice Farbe, die Panties. Hä? Sieben Jahre altes Ich versucht herauszufinden, was... Was R3 bedeutet. Ey nein! R3, größter Endgegner in der Kind. Ja, ich schwörs ja! Und hab so lange drüber nachgedacht und irgendwann, ah, es ist der Cursor. Sasuke verlässt das Dorf, ja, für eine Mission und wen er das tut, sind sie. Ich hab Sasuke Minuten rausgekommen, das waren zwei, drei Wochen nur Naruto. Ich hab so schöne nostalgische Gefühle bekommen und so und du kommst mir mit so einer Scheiße wieder an. Ey. Das Schlimmste, was ich sagen kann, ist nein, okay. Ey, Abschurz. Ey. Wenn du das Anime und deine Mutter wirst, du wirst auf der falschen Zeit. Oh mein Gott, sie better not be on her, with her stuff out. Oh, no time. Press it. Press what? Press play. Press it. Bro, watch the TV, man. Press play. Press play. Press play. Don't try to, ah. Dang, what the heck? Dang. He's right there. Press it. Press it. Er ist so fake. Es ist weg. Oh nein, nicht er. Oh nein, ja. Da werden auf ihn reagiert. Er hat sie einfach geheiratet. Er ist, er ist anders unterwegs. Er ist einfach anders unterwegs, wirklich. Bro, wenn Urush auftritt in Mompis, ich heirate ihn auch, mir ist egal. Wenn du einen Dreier hast mit deinem Homie und aus Versehen in seine Cheeks slippst. Ich mache, was braucht, um zu tun. Was erwartet? Von einem wahrsten Freak. Hahaha. Ein wahrsten Freak. Oh nein, nicht er. Nein, Bro, nein. Oh. Oh. Das ist... Oh. Der Cringe. Der Cringe. Oh nein. Ich kann das nicht. Das war zu viel. Das ist auf Cringe, Alter. Boah. Ich kann nicht mehr. Stell dir vor, du siehst diese Dragon Ball GT Szene out of context. Son Goku? Cool. If you guys ever familiar with the GeoGuessr guy, just based on like, you know, soil, he can guess any, any country. Uh, NatsfadeDemon on twitter.com, he claims to be able to do this with Feet. Would anyone like to tell me, who this is? It's that drunk girl from Mochi the Rock, right? Noooo, noooo, no, no, no. Yes! Noo, 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 noo. CCCG�OS! Noo, natsfadeDemon. What the hell! NatsfadeDemon. Noo! Noo, natsfadeDemon. Noo, natsfadeDemon. Was war da? Ach so! The One Piece! The One Piece is real! Meine Damen und Herren, das war's mit der One Piece, äh, mit der One Piece, eigentlich schon, mit der Anime-Meme-Reaction am Anime-Offiziellen-Meme-Mittwoch. Leute, lasst es doch noch oben da, wir haben fast 10.000 Likes jetzt mal geschafft, deswegen lasst uns sie dieses Mal erreichen. Vielen, vielen Dank für den Support bei diesem Format, es macht unglaublich viel Spaß. Leute, lasst doch mal ein Abo da, wir sind kurz vor 100.000, lasst uns die voll machen, es würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin mit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Anime-Meme-Mittwoch am, ja, Mittwoch halt, ne, um 18 Uhr. Haut rein, das war ein scheiß Outro, egal, ciao, tschüss!